Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Adventure Map mit dem Hardy und dem Dennis und mir, dem Pete und es gibt eine neue Map und die heißt Sky Park, glaub ich, hoffe ich Sky Park? Boah, das klingt ja schon fast wie ein richtig tief runterfallen und so Ich finde, das klingt so ein bisschen wie ein James Bond Film Ja, wir müssen auch fast, wenn der Papst nicht gestalten, die vorbeikommt, uns den Wechseln Oh ja, richtig Du kannst mit so vielen Leuten spielen, wie du wählst, nicht hacken oder schreiten oder durch den Kurs Moment Boah, Dennis, mach mal Regen aus Ich mach grad schon Play on peaceful, mach mal, have fun, go this way Soll ein bisschen, äh, Ragequid-mäßig sein, die Map, fand ich ganz nett, die Beschreibung Find and complete all of the hidden levels, ja, das wird bei uns sowieso schon nicht funktionieren If you film yourself playing the Map, your name will be added on the wall of honor Oh, zum Glück Every jump in this map is possible, don't complain, boah, das heißt ja schon wieder einiges, ne The final level of this map is very hard, only the best of the best can complete it, you have been warned Ja, das sind wir wohl die Besten Notice, you will ragequit, unless you are Parkour-Legend, sind wir ja The first half of this map isn't that hard Okay, that's that hard Dann run da NAAA Jetzt bin ich viermal da runtergefallen, das ist doch scheiße, jetzt fall ich aus dem Level raus, oh mein Gott Jetzt muss ich hier die Treppe runterrennen, das ist doch scheiße Wie geil ist das denn bitte? Direkt schon wieder so ein asoziales Verhalten hier Nein, 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 ich wusste es Boah, zum Glück bin ich auch so ein Ding, ey scheiße, mein Spawnpool ist dann natürlich nicht gesetzt Fuck Whoa Louisiana Leuten ist in der Wand verschwunden Nein Bram, nein, 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 nein Nein, 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 einfach Du machst einen Abgang Ne, nein, du machst jetzt einen Abgang Nein, ich will keinen Abgang machen Doch! Peter macht einen Abgang NEIN Will ich Ja komm, können wir jetzt weitermachen, das wäre doch nicht mehr richtig angefangen hier Peter, hör mal auf jetzt Das ist ... Ja, wat denn? Hier war es schon dran NEIN, NEIN So, können wir jetzt bitte aufhören Jetzt muss ich meinen Spawnpunkt hier noch setzen Jetzt, jetzt machst du den Anfang! Ne, ne. So, ich mach jetzt den Anfang, ja. Ja, komm, go, go! Ich mach den Anfang. Okay, du machst den Anfang. Noll! Nein, scheiße! Noll, wo bin ich denn jetzt? Wie? Dein Bett wurde blockiert oder zerstört? Was soll das denn? Ja, das hat ja schon mal super funktioniert mit diesen komischen Command-Blöcken. Geh mal hier runter, Hadi. Oh, wie, hier runter? Ja, du kannst an der Seite runterspringen. Bei Dennis hat das funktioniert. Ja, sicher. Ich hab kein Bobby. Ach, vielleicht sollte man auch mit Rechtsklick drücken und nicht mit Linksklick. Ja, genau, dann muss er Klopper drücken. Alter. Leg mal die Nüsschen! Nein! Am Arsch! Loll, ich hab nicht überlebt. Nein! Das kann nicht wahr sein, Alter. Das sind nur einzelne Lücken, das ist doch nicht so schwer. Ja, aber ich versuchte an einem mal durchzukommen und irgendwie passt das dann auf einmal nicht. Fick dich, du Hure. Mal jetzt schnell. Nein! Du bist so eine Hure! Nein! Du bist so ein Aschloch, Bram, ohne Scheiß. Du kannst doch mal echt die Knutschi knutschen, ey. Nicht mich schlagen, Hadi. Alter Schwede, leck mich, leck mich jedoch hier. Nein! Ach, verdammt! Wir müssen Peter einholen und da jetzt nicht schlagen, bitte, ja? Nein! Nein! Bist du Bobby, ey. Haha! Nein! Ach, verdammt! Aber die gleiche Stelle! Heute kommt der Kuss 2 raus, Junge. Heute kommt der Kuss 2 raus. Oh ja, diese Nacht. Diese Nacht. Geil, Junge. Geil, Junge. Wir benutzen die Adventure Map, damit wir die Zeit überstehen. Oh ja. Nein! Man muss das hier einfach mit Ruhe und Gemütlichkeit machen. Habt ihr eigentlich The Amazing Spider-Man gesehen? Nein. Oh, den solltest du aber noch antun, ey. Hab ich mir gestern auf DVD angeguckt? Das sollte ich mir antun, das klingt ja super. Der ist geil, der Film. Haha! Na, Peter? Willst du mich verarschen? Geile Schnittchen! Oh! Nein! Nein! Du hast den gesehen, Dennis? LOL! Ich bin oben gespawnt! Na, dann musst du auch Rechtsklick drücken, Bram. Ja, hab ich. Da steht doch sogar im Chat. Ah, verdammt. Double Spawn Point was set to bla bla bla. Ja, Bram hat mich runtergehauen. Warst du nicht schon durch? Du hättest gar nicht mehr eingereicht. Du bist so ein Wichser! Oh ja, stimmt. Wieso hab ich da Damage gekriegt? Tut mir leid. Ja, ich find die Regel sowieso blöd. Nein! Ich hab's doch fast geschafft! Boah! Du kannst den letzten Teil einfach runter sprinten. So war die Mike entgegengegen. Alter, das wär voll asozial von euch. Nein! Brück ich da schon wieder drauf. Ich glaub irgendwie nicht, dass das funktioniert, oder? Ich spring ja nochmal runter. Nein! Irgendwie funktioniert der wohl nur jedes zweite Mal. Eistube hit the ground too hard. So, jetzt hat er wieder funktioniert. Ja, das hat auch funktioniert. Ja. Alter, ich bin so schlecht, ne? Das ist der Hammer. Ja, das ist echt der Hammer. Die machen mir voll zu schaffen, diese komischen Treppchen hier. So, ich wohnt auf dem Treppchen zu stehen, oder? Pff. Ist ja wohl lächerlich. Nein! Da wusste es! Nein! Ey, jetzt kommen wir doch nicht entgegen, ihr Arschlöcher! Boah, ich bin so ein Cheeder. Ihr seid solche Affensäcke, ey! Ey, ich hab mich nicht mal gehauen! Ja, aber du kamst schon wieder so scheiße angewandt! Ich wollte nur an dir vorbeilaufen! Ja, ja, am Arsch! Ihr dürft mich außerdem gar nicht mehr schlagen! Ja, die Regel haben wir gerade wieder beendet. Nee, 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 nee! Das läuft aber nicht! Doch, das läuft, das hast du doch gesehen! Okay. Ja, okay. Das ist super, Adi! Hast du mir einen Vorsprung gegeben? Dankeschön! Fick dich! Deiner Mongole! Ist hier nicht so ein Knopf? Nein! Moment, wo muss man denn hier hin? In deinen Anus. Ja, da kommt niemand rein. Wie jetzt? Warte mal, gestern Abend noch anders. Nein, du! Du bist so ein Stück Scheiße! So. Geil, aber. Hast du dich aber beeilt, ey. Oh, ja. Nein! Und? Hier gibt's ja kein Checkpoint an dem Dach. Fuck, ey! Das ist doch Scheiße! Das sind nur zwei Ersche... Boah! Du Fickgesicht, was? Boah, Adi! Jetzt ist Krieg! Jetzt ist Krieg! Du hast mich schon zweimal gehauen, ja! Einmal so und dann noch... Darunter... Du kannst mir mal die Popperze schmatzen, Junge! Nein! Fuck! Oh, Adi, du bist so fällig, ja? Bin ich das? Jetzt warte doch mal! Aber bin ich fertig? Ey, jetzt hat das bei mir wieder nicht funktioniert! Was ist denn das für ein Scheiß? Adi wartet nicht mal, Peter! Sag doch mal was! Ich... Was? Ich mach doch gar nichts! Ich war... Du hast dich schon quasi fertig! Ja, unbedingt! Jetzt muss ich hier die Challenge nochmal machen, weil der fucking Checkpoint nicht funktioniert! Fick dich! Deine... Oh mein... Boah! So ein Popperzen-Parcours hier, ey! Boah, Adi, du kleiner... Fuck! Leck mich am Arsch, Junge! Ist dat ein Homo-Parcours, ey! Wo bist denn du überhaupt schon? Ich bin hinter dir! Oh! Weil ich wusste nicht gefallen bin! Oh! Oh, das ist so ein Nöbel! No, no, no! Scheiße! Das war nicht so! So ein Mongo, ey! Was soll das denn, Bram? Du bist so ein Knutschi-Popperzi, ey! Das ist der Hammer! Alter! Fick dich! Lauf du doch, du Arsch! Aber du bist doch so ein Yahut, ey! Das ist phänomenal, ey! Gar nicht! Keine Haut mehr, ey! Du bist so ein kleiner Wichser, ne? Du bist so ein kleiner Schwanzlecker, wa? Oh ne Scheiße! Du müsst jetzt die ganze Zeit trollen, ey, ihr Kinder! Nee! Alter, fick dich! Dann fick du dich! Fick dich! Ich seh nur die Narben da! Und dann war Fram im Abgang! Ah, boah, ist doch! Also haben wir jetzt regelrecht aus der Kraft gesetzt, das wär aber ziemlich a- Alter, was ne Scheiße! Wie du schon geschlagen hast! Ja, ich war mir unsicher, ob die Regel jetzt noch gilt oder nicht, aber das wär echt assi! Ich find, wir halten die Regel! Nein, die Regel hat zu ganz viel Langweiligkeiten geführt, find ich! Außerdem ist die Map hier so klein, wir müssen die ein bisschen auszögern! Nee, komm, Peter! Das ist jetzt aber echt scheiße! Du bist so ein Motherfucker! Nee, komm, die Regel ist doch scheiße! Da kommt man ja nie an! Ja, die Regel ist scheiße, deswegen... Ach, komm, ey! Ja, so, liebe Leute, kann man an der LP auch hinauszögern! Ach, ja, immer der Peter hier, ey! Hast du? Immer, ja... Oh, ihr seid schon wieder weitergemaufen! Nee, du bist an mir vorbei, an dem Checkpoint, den ich hatte! Alter, fick dich, Peter! Ich mach jetzt nix, ich bin nicht im Game-Mode! Aber der Checkpoint hat bei mir wieder nicht funktioniert! Na, schon okay! Ja, schon okay! Alter, Leck, ich bin doch schon hier oben, du Arsch! Was soll das denn? Nein, 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 nein! Alter, was willst du von mir, du Hobo-Sack-Gesicht, Alter! Wo ist denn hier? Nein, 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 nein! Wo ist der Bram denn hin? Ja, ich hab die Challenge gemacht, äh... Hä? Ich bin auch so sehen, da hingefallen, wo die Challenge weitergeht! Was? Schau mal genau an! Hau rein! Nein! Nein! Loll, wie Arschloch ist das denn, ey? Das ist ja voll schwierig, da hinzukommen! Boah, jetzt muss ich die Scheiße... Loll, jetzt hat das schon wieder nicht funktioniert, ey! Das ist echt blöd! Pff! Hau! Oh Gott, jetzt wird der ganze Lava, ey! Das ist echt scheiße! Ach, jetzt komm, ey, was ist denn das? Was? Jetzt bist du schon weitergegangen, Bram! Da ist der Out, ja! Quatsch! Das ist doch die neueste Challenge! Ja, da waren wir noch nicht! Ja, das ist die aktuelle Challenge gewesen, du musst ja nur hier runter springen! Kann das sein, dass es da vorher keinen Checkpoint gab? Ficky, ficky! Klar gibt's den Checkpoint vorher! Du musst ja nur die fünf Stufen laufen, dann bist du ja schon da! Ja, genau, meinte ich! Oh mein Gott! Hardy, rennst du auch? Nein! Ich weiß gar nicht! Ich weiß gar nicht! Wo muss man denn hier hinspringen? Da! Die Lava runter, glaube ich! Also, bin ich mir sogar ziemlich sicher! Nein, scheiße! Ich bin immer noch im Brennen! Ach, nicht mehr! Oh! Fuck! 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 Oh Gott, Hardy, fick dich! Du wirst auch sterben, wenn du jetzt kommst! Nein, ich mach doch überhaupt nichts! Weiß ich selber, dass ich sterben würde! Was macht der Bram denn da? Ja! Du wirst die ganze Zeit runter! Jetzt gibst du Gas, Peter! Ja, lass mich doch mal hier kurz aus... Ich... Dann fängt er mal auf dem Fenster vorbei! Oh, nice! Ne, komm Peter, dann fährt's an! Ja, ist doch gut! Alter! Checkpoint! Ja, ich hab's jetzt auch geschafft wieder... Willst du denn... Nein, Hardy noch nicht weitermachen! Komm zurück! Dennis ist doch auch schon da, oder nicht? Ne! Ja, falsch! Ich will dem dabei zugucken, wie der hier am Fenster entlangfällt! Achso! Ja, okay, dann mach ich mal noch nicht weiter! Ah, weiter! Ich teleportier dich sofort, Hardy! Okay! Okay, ich teleportier dich! Ich mach doch gar nichts! Ich steh doch nur hier rum! Ah! Ja komm, left! Ja, komm, dear! Versteh mich auch, du Arschloch! Danke, Loy! Wieso bist du denn gestorben? Ey cool, wenn man stirbt verliert, verliert man seine Sachen nicht! ich hab den diamanten eingesammelt vorhin weil der erste weil er da war und du hast nicht verloren ist eine richtig geile stute das hängt auf jeden fall zusammen ich höre hier ich höre fledermäuse ja die habt das ist aber nicht meine schuld ist sofort auch da da ist er doch nicht bestimmt wir sind doch gute freunde können wir gehen hier schon mal runter ach du schande wenn man fehler vorzulaufen das dritte wird mich ja mal interessieren wahrscheinlich eine kombination alter hat ich will nämlich hier runter aber das nicht ich mach doch mal abgab ich hab dich nicht oh ja peter das ist geil war wenn man da runter fällt ist der bram denn hin wenigstens hat der checkpoint funktioniert wer war das denn für ein leck hat zwei steine nach hinten gesetzt worden leid oh peter was machst du den abgang okay ich wollte gerade den trick verraten aber den sag ich jetzt mal schön nicht kann halt die sprünge selber machen ja mach ich auch da ist nämlich ein richtig fies dabei ja ist okay ich bin der master auf fiese sprünge komm bram gib gas wir müssen den mongo kriegen bram ist doch vor mir da hab ich nass gegeben scheiß nein bist du ein spacken ey willst du dich verarschen was sollte das denn ey naaa oh mein gott was machst du denn hier ja dennis wollte mich nassen der homo also die die